Das hier markiert den Anfang tatsächlich ja vom Ende dieser gemischten Juweliere, weil es einfach, weil Rolex nichts davon hat, dass ein Rolex-Händler auch Omega verkauft. Die haben nichts davon. Hatte ein Rolex-Händler jemals die Kontrolle über sein eigenes Geschäft? Aber das ist eben der Punkt. Jetzt ist die Frage, muss sich der Kunde schick anziehen für einen Rolex-Händler und muss der Rolex-Händler nicht trotzdem den Kunden freundlich und respektvoll behandeln? Die Frage ist, wird die Wartelisten-Situation dadurch eine andere? So, gestern hat es geknallt. Ich saß hier nichtsahnend und ein Freund, der bei Bucherer arbeitet, schreibt mir schon so am frühen Nachmittag, Kai, heute gibt es riesige News, ich darf dir leider nichts sagen. Und dann, ein paar halbe Stunden später, die Breaking News, Rolex hat Bucherer gekauft und das hat natürlich ein riesen Feuerwerk ausgelöst. Da ging die Welle in uns. Ja, wir haben auf Hodding Key, WatchPro hat natürlich Neuigkeiten rausgebracht. Es haben viele Leute kommentiert, wir gehen auch die Kommentare durch. Es gab natürlich auch eine Pressemitteilung von Rolex und heute diskutieren wir mal das Thema. Wir gehen dabei vor, erstmal, was genau ist überhaupt passiert, was bedeutet das überhaupt und was ist eigentlich auch mit solchen Themen wie Kartellbehörde, ist das überhaupt schon durch oder kann das nochmal revidiert werden? Ganz wichtig, was ändert sich für uns Kunden am Ende des Tages und bedeutet das am Ende des Tages sogar, dass Rolex auch wie Audemar Piguet in die Boutique-Only-Strategie geht und das sozusagen das Ende der Rolex-Händler ist? Das alles werden wir heute diskutieren und ich freue mich, dass ich hier meine wunderschöne Frau Jenny als Gast mit dabei habe. Der ein oder andere kennt sie vielleicht vom Uhrenkanal Jenny L. Auf Englisch macht sie da auch international Uhren-Content und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Was ist denn überhaupt passiert? Gestern kam das eigentlich wie so ein, wo warst du? Ich war tatsächlich bei meinen Eltern zu Hause und ich gehe durch Facebook und ich bin in, so wie du auch und ihr wahrscheinlich viele auch, in vielen Uhren-Gruppen und dann sehe ich, dass der Hot-In-Key-Artikel geteilt wurde. Um Gottes Willen. Rolex kauft Bucher. Rolex kauft Bucher. Nicht Screenshot Kai schicken. Mein Gott, was passiert hier? Und ja, krass. Ja, also da dachte ich mir auch, okay, das ändert jetzt irgendwie doch alles, weil bisher hat Rolex auch immer kommuniziert mit seinen Händlern, wir halten uns aus dem Endkundengeschäft komplett raus. Das war wirklich bis letztes Jahr die komplette Kommunikation. Das Einzige, was ich schon mitbekommen habe, was mir jemand gesagt hat, der relativ hoch da in der Hierarchie ist, dass Rolex die Konzessionen verknappt. Also dass Rolex in Deutschland ungefähr ein Drittel der Konzessionen entzieht. Aber ich habe natürlich gedacht, dass das eher so den Effekt hat, dass die wahrscheinlich die, mit denen sie nicht zufrieden sind, wo es nicht so läuft, die sich an die Regel halten, drausschmeißen und dann mehr mit solchen wie Rüschenbeck Bucherer zusammenarbeiten, mit denen es einfach gut klappt. Aber jetzt ist Rolex von einem Tag auf dem anderen faktisch im Endkundengeschäft. Ja, tatsächlich. Aber hat sich auch irgendwie angekündigt, wenn man überlegt, in der Pressemitteilung von Rolex stand ja auch, dass, ich kann mich nicht daran erinnern, wie genau das formuliert wurde, aber dass Herr Bucherer... Eines Nachfolgers? Ermangelung. In Ermangelung eines Nachfolgers, ja. Einfach mit 87 hatte Herr Bucherer niemanden, der das Geschäft übernimmt. Und so wie sich das liest, hat Rolex und Herr Bucherer sich gedacht, hey, dann kaufen wir das doch. Ich glaube tatsächlich auch, der Herr Bucherer, der weiß einfach, der Rolex-Hype oder der Hype um die Uhren ist vorbei. Und das bedeutet einfach auch, ich glaube, dass der einfach weiß, der ist 87, der hat keinen direkten Nachfolger, der das übernehmen wird. Für den wird es nicht mehr besser. Nee, nie. Dem sein Unternehmen wird nie wieder mehr wert sein als heute. Als 2021 praktisch war es wahrscheinlich so am Maximum, aber da konnte es noch keiner wissen. Und ich glaube, jetzt ist es langsam so, die haben da wahrscheinlich angefangen zu reden. Wahrscheinlich reden die darüber auch schon ein bisschen länger. Kann ich mir auch gut vorstellen. Certified Pre-Owned kam auch mit Bucherer. Das ist sicherlich kein Zufall in diesem Zusammenhang. Stimmt. War bestimmt vielleicht so was wie so ein Soft, wie nennt sich das, so ein Soft Opening. Genau. Einfach mal gucken, wie arbeiten wir denn mit Bucherer zusammen, wie funktioniert das Ganze. Und jetzt weiß der natürlich, dem sein Unternehmen wird nie wieder mehr wert sein als heute. Und jetzt verkauft er es natürlich besser heute als in fünf Jahren. Krass. Und ja, es wundert auch nicht, dass Bucherer und Rolex das machen. Die sind seit 1924 verpartnert. Ich glaube, Bucherer war der erste Rolex-Konzi sogar. Der allererste? Ich glaube, es war der allererste Rolex-Konzession. War es nicht. Ich glaube, ich hatte gestern noch so ein bisschen Zeit für Wikipedia. Ich meine sogar, dass es damals so war, dass Bucherer mit Hans Wilsdorf direkt gesagt haben, hey, hör mal zu, Hans. Wahrscheinlich genau so liefst du es. Hey Hans, hör mal zu, Bursche. Hans, gib mal ein paar Uhren ran. Ich verkaufe die. Also von dem her eigentlich eine sehr, fall der Full-Circle-Moment vielleicht. Ja, eigentlich schon. Damals wirklich mit dem Gründer selber, musst du gewesen sein, 1924. Und Bucherer hat ja aktuell 100 Läden und 53 Rolex-Konzessionen. Bisschen mehr als die Hälfte ist Rolex-Konzi. Genau. Und man muss sich das auch auf der Zunge zergehen lassen. Also gut, Bucherer ist weltweit tätig. Ich weiß leider nicht, was Wempe-Konzessionen hat. Aber ich weiß zum Beispiel, Rüschenbeck hat in Deutschland neun. Und ist damit in Deutschland eine der größten. Und Rüschenbeck zum Beispiel bekommt 10.000 Uhren ungefähr auf die neun Konzessionen. Stand 2022. Das bedeutet, dass Bucherer pro Jahr halt 53.000 bis 75.000 Uhren von Rolex verkauft. Also die bewegen da knapp 5 bis 10 Prozent der weltweiten Produktion im Jahr. Ja gut, dann wundert mich nicht, dass... Eigentlich, wenn man das so betrachtet, ist es ein relativ... Ist der beste, größte Partner von Rolex. Für... Versuchbar, ja. Ist halt natürlich... Ich hab gestern auch mit ein paar Leuten von anderen Konzis gesprochen. Da hält sich die Begeisterung in Grenzen. Uff. Viele fürchten, dass das der Anfang vom Ende ist. Für Rolex Konzis? Für Rolex Konzis. Für alle anderen, ne. Glaube ich... Dazu kommen wir gleich noch. Dazu kommen wir gleich noch. Ich find's ganz interessant, was Rolex in der Pressemitteilung noch schreibt. Sie schreiben... Ich weiß nicht, ob's zitiert ist, aber es ist loosely zitiert. Sinngemäß ist Rolex überzeugt davon, dass die Übernahme die beste Lösung ist. Sowohl für Rolex und Tudor, als auch für alle anderen Partnermarken von Bucherer... Frech. Was sollen sie sonst sagen? Frech. Ich wollte's grad sagen, was... Ich mein, klar. Für die eigene Marke und Tudor... Top. Definitiv. Also, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber ja, da finde ich... Da haben wir einen coolen Kommentar auf Hoddingi gesehen. Den wenden wir auch gleich ein. Man kann bei den Artikeln auch kommentieren. Und da ging's darum, dass jemand gefragt hat, oder sich fragt, wie sich denn jetzt andere Marken fühlen, wenn, ähm, sie geretailt werden durch eine Rolex, ähm, durch ein Rolex-Suppe-Unternehmen. Ja. Also, wie geht's? Stellt euch mal vor, Patek Philippe und Omega wird jetzt durch Rolex verkauft. Kommen wir damit zu einer kurzen Unterbrechung in eigener Sache. Nach fast zwei Jahren Entwicklungszeit haben wir nun endlich die perfekte eigene Uhrenrolle von unserer eigenen Marke Leinbach entwickelt. Die Rollen werden ab September zum Kaufen verfügbar sein. Und du kannst dich ab jetzt unter leinbach.shop unverbindlich vormerken lassen. Für alle Vormerker gibt es einige kostenlose Extras zu jeder Uhrenrolle mit dazu, die es nur für Vormerker gibt. Und unsere Uhrenrollen sind die perfekte Aufbewahrung, um deine Uhr sicher, stilvoll und auch stoßfest zu transportieren. Daher, klicke jetzt hier oben oder unten in der Videobeschreibung, geh auf leinbach.shop und lasse dich jetzt unverbindlich vormerken. Und damit zurück zum Video. Ist doch, wo sind wir denn hier? Ja, schon. Und das ist halt auch die Frage, was macht Patek Philipp da? Was macht Omega da? Vor allem Omega und Rolex sind ja zumindest so, was die Kunden angeht, ist ja oft so Omega gegen Rolex. Omega ist besser. Rolex ist besser. Wie gehen damit die Verkäufer um? Weiß ich nicht. Man muss vielleicht, ist mir gerade aufgefallen, da wird sicherlich ordentlich geschult und so weiter und sofort hoffentlich. Ich, darüber sprechen wir bestimmt auch noch, ob das da so einen Trickle-Down-Effekt hat. Werden dadurch auch die anderen Verkaufserlebnisse besser? Nicht, dass die schlecht seien, aber wäre spannend. Ich glaube, Rolex hat gar kein Interesse daran. Omega und, also Patek ist vielleicht was anderes. Ich kann mir sogar vorstellen, also keine Ahnung, ob das in meiner idealisierten Welt so ist irgendwie, aber die sind beide independent, die sind die beiden wichtigsten Marken, mehr oder weniger im Uhrenbereich. Ich kann mir vorstellen, dass da so ein gewisser Respekt voreinander herrscht. Aber Rolex hat, glaube ich, null Interesse daran, dass mehr Omega und andere ähnliche Brands, ich weiß gar nicht, ob Bucherer Omega hat, aber dass Omega und andere ähnliche Brands besser verkauft werden. Und das bedeutet, das wird Omega auch wissen oder stellvertretend jede andere Brand. Und das würde meiner Meinung nach ja bedeuten, dass Bucherer vermutlich langfristig einfach diese anderen Marken vielleicht einfach auch nicht mehr vertreibt, weil die Marken irgendwann mal sagen, hm, da ist ja jetzt ein riesen Interessenskonflikt. Diese eine Seite ist, okay, mehr Verkaufspunkte. Würden die sich echt rausziehen? Du, ganz im Ernst, es geht doch eh Richtung Boutique only. Ah, Lange und Söhne, eigene Boutiquen Omega, eigene Boutiquen Tudor. AP. AP, eigene Boutiquen Tudor, eigene Boutiquen Breitling, eigene Boutiquen. Das bedeutet, vielleicht nutzen diese Marken das jetzt zum Anlass auch langsam, das ist ja nichts, was dieses Jahr passiert oder nächstes, aber auf die nächsten fünf bis zehn Jahre, dass es vielleicht so kommt, dass sich dann immer mehr Marken rausziehen, weil warum sollte ich als Omega meine, also stellvertretend Omega für jede andere Marke, warum sollte ich meine Uhren vertreiben über Rolex? Ja gut, wenn du es so formulierst, klar. Aber ich kann mir, wäre aber tatsächlich nichts, was ich mir, also keine Ahnung, was in fünf Jahren ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die, ich glaube, sie können es sich schlicht und ergreifend nicht leisten. Wer? Omega zum Beispiel? Allgemein. Ich will jetzt nicht auf Omega rumhalten, das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Bei Omega fand ich es noch krass. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel so eine IWC Only Boutique läuft. Tut sie auch nicht, aber es gibt sie trotzdem. Ich finde gerade solche Boutique, nee Quatsch, solche Hersteller, sorry, die leben einfach von Rolex, von Omega, von Patek. Und dann, weil du dich eben, du kommst rein und willst eine Rolex sehen, dann wird dir aber eine Kronoswist gezeigt, die du auch geil findest und die kaufst du dann. Absolut so ist es. Ist einfach so. Ich will es gar nicht. Nee, nee, ist einfach so. Das ist auch, das merkt man sofort, wenn ein Rolex-Händler seine Rolex-Konstitution verliert, verkauft er die anderen. Also da gibt es doch dieses Beispiel, vielleicht blenden wir das auch hier kurz ein. Ein Rolex-Händler hat seine Konzession verloren, hat alle Mitarbeiter entlassen danach. Shit. Fuck. Das ist sehr sinnbildlich dafür, was passiert, wenn ein Rolex-Händler seine Rolex-Konzession verliert. Denn die verlieren sofort die Hälfte ihres Umsatzes und wahrscheinlich 80 Prozent ihres Profits. Mit den ganzen Bike, Bike-Haufen und so weiter. Ja, muss man, ja, hart, aber ist so, ist so. Laut Rolex behält Bucherer aber die komplette Autonomie über das eigene Geschäft und auch den eigenen Namen. Das bedeutet, so wie es Rolex in der Pressemitteilung darstellt. Stimmt, wir können ja nur, bis jetzt haben wir relativ limitierte Infos. Genau. Und Rolex sagt in der Pressemitteilung, passt mal auf, im Prinzip ist es so, Burschen. Wir kaufen die, aber ansonsten mischen wir uns da gar nicht ein. So, da ist jetzt unser Geld drin. Genau. Aber Bucherer macht schön Bucherer statt. Ein stiller Teilhaber, so. Was meinst du dazu? Oh, also keine Ahnung, inwiefern Rolex jemals bei so einer Sache einfach sagt, mach mal. Ihr macht es schon. Wir sind nur dabei, as if. Das ist ja so witzig. Rolex tut so, als ob, also Rolex, äh, es scheint, als ob Rolex sagt, die haben die Kontrolle über eigenes Geschäft. Und da ist ja die Frage, die man sich stellen muss, hatte ein Rolex-Händler jemals die Kontrolle über sein eigenes Geschäft? Also, nee. Nee. Also, ich finde es, ich finde es, ich finde es ja sehr charmant, dass, dass Rolex, man muss schon sagen, die Pressemitteilung ist 1A formuliert. Das ist Rolex. Das liest sich wie, hey, alles ist cool, wir sind alle prima. Ruhig bleiben. Komplette Autonomie über das eigene Geschäft. Die sind natürlich eigenständig und das ist das Beste für, für unsere, als auch die Partnermarken, selbstverständlich. Ich meine. Das ist immer so, das ist immer so witzig, Rolex-Sprech, gell? Aber was, was passiert da? Und dann kommt ja noch zum Schluss, äh, in den letzten ein, zwei Absätzen, dass die Sache noch nicht ganz durch sei. Wie hast du den Absatz verstanden? Ah, mit der Kartellbehörde. Ich würde gerne, davor nochmal tatsächlich, Thema Kontrolle über das eigene Geschäft. Gibt es eine witzige Geschichte, die ich mal gehört habe, was versinnbildlich, und das war vor vier, fünf Jahren, oder sechs, das ist echt schon eine Weile her, ja. Auch vor dem Uhrenhype. Ich wollte es gerade sagen. Thema eigene Kontrolle. Das ist so witzig. Also ich rede ja mit ganz vielen Rolex-Händlern, Rolex-Händler-Mitarbeitern. Und, äh, Nummer eins, Rolex formuliert das immer sehr, sehr in die Richtung so, ja, sie sind ja der Profi, sie müssen schon wissen, wie das selber geht. Aber, wenn dann irgendwas passiert, was Rolex nicht passt, dann kann es auch mal ganz bunt werden. Ganz konkret war es so, dass ein Rolex-Händler, den ich kenne, mal Schmuck ins gleiche Schaufenster gelegt hat. Ins Rolex-Schaufenster. Ins Rolex-Schaufenster. Also in das von sich aus. Und, naja, dann kam ein netter Brief von Rolex, das doch bitte nicht mehr zu machen. Es kamen aber auch zwei Monate lang, oder eineinhalb Monate lang, keine Rolex-Lieferungen mehr. Die kriegen normal so alle zwei, drei Wochen, und dann wurden die mal einfach sechs Wochen aufs Trockene gelegt. Und zwar ohne irgendwie jetzt, ohne das irgendwie zu dingst. Und das ist so das Thema, wie viel Kontrolle hat ein Rolex-Händler wirklich über das eigene Geschäft? Off, off, off. So, ja, nee, tut mir leid. Aber sehr smooth, meine Güte. Immer sehr smooth und sehr, also Rolex zeigt, dass sie die Kontrolle haben. Sie sagen es nicht, der König sagt nicht, dass er König ist. Er ist einfach der König. Oh, Game of Thrones Quote. Ja, genau. Ja, passt perfekt. Der König muss nicht sagen, dass er König ist. Die Krone sagt nicht, dass er die Krone ist. Okay, Thema Kartellbehörde. Ist das Ding schon durch? Was sagst du? Ja, also wie gesagt, wir hatten uns gestern Abend auch schon drüber unterhalten, kurz. Die Tatsache, dass Rolex in der Pressemitteilung sagt, hey, natürlich muss es noch über das Wettbewerbsbehörde geprüft sein. Die Wettbewerbsbehörde, ja. Das wird so nach dem Motto, das ist dann in trockenen Tüchern, wenn die Wettbewerbsbehörde dem zustimmt. Genau. Aber mal ganz ehrlich, als ob Rolex sowas rausballert, um dann zu sagen, ah, Leute, sorry, hat doch nicht funktioniert. Das muss man in so einem halben Jahr so, hey, Leute, hat gar nicht geklappt. So, ah, nee, da, was, Buchoran? Nee, Buchoran, lass mal bleiben. Hat sich erledigt. Ja, ist ein guter Punkt. Also, das bedeutet, wenn Rolex sich entscheidet, die wissen, was sie machen. Die wissen, glaube ich, besser, was sie machen als jeder andere. Das hat ja kein Praktikant geprüft. Das hat kein Praktikant geprüft, glaube ich. Ich schätze mal, dieses Kartellding ist eine Formalität. Ich denke mal, da gibt es gewisse Regeln, die eingehalten werden müssen, so wie zum Beispiel bei einem Mahnbescheid oder bei irgendwas anderem, was über einen Amtsweg geht. Da gibt es gewisse Formalitäten, die eingehalten werden müssen. Und bei Rolex gibt es eine Rechtsabteilung, die prüft das und bestimmt sogar eine Wettbewerbsabteilung. Na klar. Und die werden das geprüft haben und das wird alles so wasserdicht sein. Das ist meiner Meinung nach schon zu 100 Prozent durch. Nicht mal 99, Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ja, glaube ich auch. Also, ich glaube, wenn da jetzt jemand sagt, hey, aber wartet mal, wir müssen jetzt mal abwarten, was die Kartellbehörden sagen, müssen wir, aber die werden einfach sagen, jo, passt. Weil sonst hätte Rolex niemals eine Pressemitteilung gemacht und das fast aufgemacht. Weil das wäre ein PR-Desaster und Rolex hatte noch nie ein PR-Desaster. Also dann, keine Ahnung, was ich dann mache. Ich sage jetzt nicht, ich fresse einen Besen oder so, weil ich würde es nicht tun, wenn es so wäre. Ja. Aber. Passiert nicht. Quatsch. Passiert nicht. Aber ja, ich verstehe es ganz viel. Viele haben es auch in den Kommentaren, habe ich gesehen, sich darüber unterhalten. So, ja, aber wenn das nicht durchgeht und Kartell und Pipapo. Das Ding ist gegessen. Das ist durch. Das ist durch. Aber ich verstehe, dass es ein spannendes Thema zum Diskutieren ist. Weil, naja, da stehen schon gleiche Konflikte. Ja, ich glaube manche, also was heißt Angst? Aber ich glaube manche haben so auch befürchten, dass das schlecht für uns als Endkunden wird. Ja, da ist die Frage. Was passiert? Was ist jetzt für hier dich und mich, wenn wir Rolex kaufen? Was ich auch lustig fand, ich habe gesehen, ganz viele Kommentare im Englischen, die jetzt sagen, hey, ich muss jetzt lernen, wie man Bucherer ausspringt. I have to learn how to pronounce Bucherer. Bucherer, ja. Für viele klingt das wie so. Ich habe gelesen, irgendwas von wegen, es hört sich an wie so ein Husten. Bucherer? Bucherer. Es ist halt, es ist, wird es, oh mein Gott, kurzer, Streichholzschachtel, kurzer hier, ein Fall ist es dann, wird es sowas wie Je Je Le Coutre sein und Leute gehen nicht mehr zu Bucherer, weil Bucherer zu schwer zum Aussprechen ist. Oder Leute beleidigen YouTuber in ihren Kommentaren, weil sie Bucherer, Bucherer aussprechen. Porsche. 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 Okay, ja. Aber ja, was bedeutet das für uns? Was denkst du, was passiert? Zum nächsten Punkt, was ändert sich für uns als Kunden? Ich glaube, wir müssen erstmal anfangen bei der aktuellen Situation. Also hier können wir jetzt natürlich vor allem nur für Deutschland sprechen. Stimmt. Aber ich habe in vielen Videos gesehen, zum Beispiel Nico, Nico Leonhardt, beste Grüße gehen raus an der Stelle, hat auch in vielen Videos, vor allem die letzten Jahre, auch immer wieder thematisiert, dass Rolex Customer Experience beschissen ist. Und das ist sogar einer der Gründe, er hat mal so ein Ranking gemacht mit Uhrenbrands. Im ersten Video war Rolex praktisch auf Gott-Tier-Level, also auf dem höchsten Level und er hat die runtergestuft, weil er gesagt hat, jo, mit so einer Customer Experience kann ich euch nicht mehr als beste Uhrenmarke praktisch einordnen. Und da hat er, finde ich, auch einen Punkt. Wie ist die aktuelle Situation in Deutschland? Was würdest du denn sagen, auch in Italien, was würdest du denn sagen, wie ist die aktuelle Situation in Deutschland aktuell für die Kunden? Ich meine, man muss ja sagen, ich bin jetzt nicht so oft in ADs in letzter Zeit, aber war noch nie wirklich so, dass ich sage, hey, beziehungsweise ist es, war es einmal so? Ich könnte schwören, ich muss gerade Echte belegen, habe ich schon einmal wo ich gesagt habe, hey, war richtig geil, vorausgesetzt, dass mich der Laden nicht schon vorher kannte. Genau, das muss man immer sagen, wenn wir mit irgendwelchen Händen zusammengearbeitet haben, dann ist ja super klar, dass die uns jetzt nicht wie Fußabdrehter behandeln. Hoffentlich, aber ja. Aber ja, so kalt in den Laden reingehen, wo man uns auf jeden Fall nicht kennt. In Italien war es. Italien ist halt, ich glaube, da war es die Sprachbarriere. Sprachbarriere und vielleicht hätten wir, ja, man hätte beiderseits. Ja, sicher, ich hätte mich auch schicker anziehen können. Ich auch. Ja, das ist ja sicherlich auch kein, aber das ist eben der Punkt. Jetzt ist die Frage, muss ich der Kunde schick anziehen für einen Rolex-Händler und muss der Rolex-Händler nicht trotzdem den Kunden freundlich und respektvoll behandeln? Ist das, man kann ja trotzdem das Ganze luxuriös gestalten und hier den Frame setzen, hey, das ist alles super schwierig zu bekommen und sie haben ein Riesenblück, eine Rolex zu bekommen. Aber kann man das nicht auch so machen, dass der Kunde sich gut fühlt und die Frage ist auch, war das in der Vergangenheit so? Da war ja auch der Kommentar, den fand ich ganz cool, den habe ich mir auch rausgesucht. Da hat einer geschrieben bei Houdinki unter dem Artikel, dass wenn jetzt Rolex im Retailer-Geschäft direkt mit drin ist, können wir denn jetzt erwarten, dass die Spielchen aufhören, dass man sich endlich mal als Kunde geschätzt und wichtig fühlt? Egal wie man, wie du sagst, egal wie man, klar, wenn ich da mit Mattschuhen reinlaufe, uncool, oder stinkend oder besoffen, whatever. Darüber reden wir ja nicht. das Problem ist tatsächlich so, also ich habe wirklich sehr, sehr gute Kauferlebnisse gehabt, auch kalt bei Rolex-Händlern, egal ob die jetzt mich kennen oder nicht kennen, ich denke, viele kennen mich nicht, ich denke, manch einer kennt mich vielleicht und ich war jetzt vor ein paar Tagen in München und hatte da zwei Erlebnisse, wie sie verschiedener nicht hätten sein können. Das Schlechtere war, witzigerweise, hast du ja auch in deinem Newsletter geteilt. Habe ich in meinem Newsletter geteilt, genau. Habe auch sehr viel Feedback bekommen von Leuten, denen es da ähnlich ging, denn ich war beim ersten Händler und es war, es war paradox. Da ist eine Verkäuferin gewesen, die hatte, die hatte keine Ahnung, also sie war offensichtlich eigentlich eingeteilt für Rolex, weil ich habe sie, also sie, sie ist auf uns zugekommen und ich habe sie irgendwann höflich gefragt, ob wir noch kurz warten sollen auf eine Kollegin oder so, also nicht so, dass sie jetzt sich blöd fühlt, aber sie hat gesagt, nein, nein, so nach dem Motto, sie war für Rolex offensichtlich mitverantwortlich und sie konnte nicht die neuen Modelle von den alten unterscheiden. Sie wusste nicht mal, dass eine Day-Date kein Sportmodell ist. Also es war wirklich, es war absurd. Wir waren da drin mit zwei Freunden und der eine Freund hat gesagt, er würde sich gern für dieses Stahl-Gold-Gmt-Master für die neue aufschreiben lassen und dann meinte sie, ob er schon im System ist. Sie hat gesagt, ja, ich bin schon im System. Dann hat sie praktisch im iPad ihn eingegeben, hat gesagt, naja, sie sind aber schon für zwei Sportmodelle auf der Warteliste, das heißt, sie müssten eins canceln, damit ich sie aufnehmen kann. Das ganze Gespräch war auch wirklich, also sie war wirklich, sie war sehr unhöflich. Schade. Sie war sehr unfreundlich und was ich denke, sie wollte ihre Unwissenheit überspielen mit lieber unfreundlich, anstatt dass sie sagt, hey, hört mal zu, ich bin noch nicht so lange dabei. Deswegen bitte entschuldigt, dass ich vielleicht noch nicht alles 100% beantworten kann bei bedarf holenden Kollegen. So würde ich es machen und so würde ich es auch erwarten. Ist ja auch voll in Ordnung. Sagt ja keiner was. Dann hat er gesagt, hey, das kann doch gar nicht sein. Seiner Meinung nach steht er für eine Platin-Day-Tona und eine Platin-Day-Date auf der Warteliste und die Platin-Day-Date sei doch ein klassisches Modell. Dann antwortet die Dame, nee, bei uns ist das ein Sportmodell und vom Nachbartisch, die Verkäuferin vom Nachbartisch guckt schon die ganze Zeit so halb genervt rüber, weil die so einen Mist verzapft hat. Wahrscheinlich schon mit halbem Wort zugehört. Genau. Und dann schreit die wortwörtlich in die, nein, ist es nicht. Das ist kein Sportmodell. Auch für die Mitarbeiter. Für beide sehr, sehr unangenehm. Die Frau ist dann noch unhöflicher geworden, weil wir haben auch gemerkt, das war ihr unangenehm. Sie war aber, sie war wirklich sau unhöflich. Also sie war wirklich unfreundlich. Es war wirklich, wirklich blöd. Dann hat sie uns die Daytonas gezeigt, weil ich habe gesagt, hey, sind das im Schaufenster zufällig die neuen Daytonas? Ich würde die super gerne sehen. Ja, das sind die neuen Daytonas. Dann gucke ich mir die an und sehe schon, die Indizes sind so relativ dick wie die alten Daytonas. Und ich so, sind Sie sich jetzt sicher, dass das die neuen sind? Weil die sehen aus wie die alten. Ja, das sind sicher die neuen. Dann gucke ich aufs Referenzschild 116. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das sind die alten. Nee, nee, das sind die neuen. Und die Kollegin von dem her, nein, das sind nicht die neuen. Die neuen haben wir noch gar nicht. Ah, da ... Na ja, dann auch gefragt, ein Freund von mir wollte gerne eine Uhr kaufen. Ihm wurde gesagt, das geht nicht, aber ihm wurde keine Begründung gegeben. Ihm wurde nicht irgendwie gesagt, hey, lassen Sie sich doch ausschreiben und so weiter. Es war einfach, nee, geht nicht, Sie können die Uhr nicht kaufen. Sie können sich höchstens auf eine Warteliste eintragen lassen, aber kein Warum, kein Nichts. Dann sind wir danach zum nächsten Händler und das war super. Da war ein top ausgebildeter, junger Kerl, der war maximal 25, würde ich schätzen. Und er hat uns genau das Gleiche gesagt, wie die anderen Verkäuferinnen und vorigen Händlern. Nämlich, hey, passt auf, ihr könnt leider nicht sofort kaufen, aber ihr könnt euch gerne auf eine Interessenliste aufstellen lassen. Und wir haben auch beide mit der Frage konfrontiert, wie es sein kann, zum Beispiel, dass wir die vollgoldene Rolex nicht mitnehmen können, wie es sein kann, dass wir die nicht mitnehmen können, obwohl die Uhr doch auf dem Graumarkt schon unter Listenpreis gehandelt wird. Die erste hat gesagt, also für Chrono24, mit denen haben wir nichts zu tun, für die kann ich nichts sprechen. Und der zweite hat, das war eine perfekte Antwort, so ist gut ausgebildet verkaufen. Er meint, hören Sie zu, wir wollen Sie sehr, sehr ungern natürlich als Kunden verlieren. Und ich kann Sie sehr gerne einfach auf die Liste aufnehmen und ich kann Ihnen auch sagen, das ist offen authentisch, ich kann Ihnen sagen, die Nachfrage ist schwächer geworden, es ist sehr viel leichter geworden, diese vollgoldenen Modelle zu bekommen, da haben Sie völlig recht. Es ist nur so, wir haben einfach von 2021 und 2020 immer noch Anfragen offen und was wir jetzt halt machen ist, wir fragen erst mal die, ob sie noch Interesse haben und erst wenn das nicht der Fall ist, dann würden wir praktisch neue Kunden dann praktisch anrufen, aber er schätzt ein paar Wochen bis wenige Monate Wartezeit. Vollkommen in Ordnung. Mega cool, dass er sagt, ich möchte Sie als Kunden natürlich nicht verlieren, aber wenn Sie woanders die Gelegenheit haben, dann dürfen Sie natürlich auch dort einkaufen. Das ist ja respektvoll. Respektvoll. Und trotzdem hat er dir im Wesentlichen gesagt, sorry, ich kann sie dir nicht verkaufen. Ja. Aber ohne herablassend zu sein. Das ist halt der Punkt. Und jetzt ist halt die Frage, wird das in Zukunft bei, naja, hoffentlich bei Bucherer, besser oder schlechter? Also ich denke, Rolex weiß sehr wohl, dass leider sehr viele Rolex-verkaufende Personen auf der Welt oder zumindest in Deutschland sauschlecht ausgewildert sind. Das ist einfach Fakt. Das sind Leute, die haben, das weiß ich witzigerweise, weil ich habe nach diesem ersten Store-Besuch, habe ich jemanden gefragt, der dort in höherer Position arbeitet, den ich gut kenne, und habe ihn gefragt, hey, uns ist gerade das und das passiert, was sagst du das? Da meint er, absolute Katastrophe. Und ja, die Kollegin hat bis vor zwei Wochen noch bei Calzedonia gearbeitet. Die hat keine Ahnung. Ja. Die kommt einfach aus dem H&M. Was okay ist. Was okay ist. Um Gottes Willen, sie hatte einfach keine Ahnung. Das Problem ist, wenn man keine Ahnung überspielt mit Hochnäsigkeit. Das ist doof. Das ist blöd. Ja, genau. Und Rolex weiß das hundertprozentig auch. Das ist alles zu schnell gegangen während der letzten Jahre, 2018 bis 2021. Man hat Personal wahrscheinlich gebraucht. So ist es. Man hat einfach jeden eingestellt, der irgendwie einen Puls hatte, sozusagen. Und was ich auch weiß ist, dass Rolex, also auch von Mitarbeitern, von Rolex-Händlern, Rolex lädt vermehrt wieder zu Schulungen ein. Zu Verkaufsschulungen. Rolex möchte ganz eindeutig, dass die Verkäufer besser ausgebildet sind. So wie dieser junge Kerl. Grüße gehen raus, falls du das Video guckst. Das war mit Abstand das beste, der beste erste Besuch. Und es war ein Wempe, also großes Lob. Das war ein Erlebnis perfekter Art. Meiner Meinung nach muss es so laufen. Also wirklich, ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Und ja, Rolex weiß das und Rolex tut auch was dagegen. Uff. Ich meine, man kann nur hoffen. Das wäre einfach schön. Da ist auch nochmal ein Kommentar, auf den ich zu sprechen kommen will. Gerade jetzt, wo es darum geht mit ADs und wie man dort behandelt wird. Wo man auch wahrscheinlich jetzt zu einem letzten Punkt übergehen kann. Ja, ich glaube, das ist noch ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, ob Wartelisten verschwinden oder nicht. Stimmt. Dass wir nochmal kurz drauf eingehen. Also, wird es besser oder schlechter? Ich denke, es wird besser. Meinst du? Also, die Ausbildung der Leute und somit die Behandlung. Ich denke, es wird abnehmen mit der Zeit. Rolex wird die Verkäufer besser ausbilden. Das bedeutet, man wird sich als Kunde nicht mehr so oft fühlen wie ein Fußabtreter. Reden wir jetzt aber gerade konkret über die Bucherer, Salespeople oder mit? Das eine führt ja zum anderen. Erstmal wird, denke ich, Rolex anfangen, ganz vermehrt bei Bucherer den Daumen drauf zu drücken und die natürlich extrem viel besser ausbilden. Aber laut Pressemitteilung wird natürlich Bucherer vollkommen eigenständig und weiterhin zuvor. Rolex wird weiterhin mehr Verkaufsschulungen machen für Rolex-Verkäufer, auch für andere Consis. Das ist ganz klar. Weil die müssen dafür sorgen, Rolex ist Branding das Wichtigste, glaube ich. Und sie machen es auch mitunter am besten. Und das größte Defizit ist bei den Verkaufsstellen, bei den Verkäufern. Das ist das schwächste Glied in der Kette aktuell. Ja, in der letzten Zeit. Ja, das ist einfach, also... Das ist auch nicht, das ist auch niemand, das ist auch nicht, da muss man auch nicht irgendwie jetzt drauf rumreiten oder es schlecht machen. Es ist einfach so, weil die Sache ist schnell gewachsen und so wie jedes Unternehmen, wo schnell viel mehr Leute kommen, sind die am Anfang einfach nicht gut ausgebildet und das hat jetzt halt einen Rattenschwanz mit sich gezogen. Ich denke, die Customer Experience wird dadurch langfristig sehr viel besser. Die Frage ist, wird die Wartelisten-Situation dadurch eine andere? Wird es leichter, eine Rolex zu bekommen, weil Rolex Bucher gekauft hat? Ich kann es mir... Ich weiß nicht, ob das nicht ein super dummer Move wäre jetzt, also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn Rolex jetzt anfängt, Bucherer mehr Uhren zuzuteilen und sagt, hey, wir schießen da jetzt komplett unser Kontingent rein, außer sie hätten natürlich irgendwie langfristig ein Ziel, dass sie sagen, hey, keine Ahnung, wir wollen den Fokus auf unsere Stores richten, muss man ja jetzt so sagen, und langsam, langsam unser Kontingent so zuteilen, dass der Fokus eben auf unseren Stores liegt und nicht auf anderen. Ja, absolut. Ich denke, aber es gibt ja auch, das ist ein bisschen so die gleiche Frage, wie, das wird ja auch oft gefragt, Rolex baut ja zwei neue Fabriken und da ist jetzt ja das, ja, ab jetzt wird es dann viel leichter, weil Rolex wird den Markt mit Rolex überflüten. Freunde, ihr müsst da verstehen, wieso, also wie das ganze Rolex-Vertriebssystem funktioniert. Es funktioniert so, dass es immer eine Vorqualifizierung geben wird. Es wird immer Wartelisten geben. Die Modelle im Laden werden auch immer vor Exhibition-Only sein. Das ist, um die Begehrlichkeit anzudingsen. Und es ist auch keine künstliche Verknappung, denn das führt dazu, dass die Nachfrage hochgeht. Es gibt so viele Experimente Experimente und wissenschaftliche Studien. Verlangen wird größer, wenn du das, was gewünscht wird, entziehst. Gib einem Kind einen Lolli, nimm ihn ihm wieder weg und das Verlangen nach dem Lolli wird exorbitant größer. Zeig dem Kunden eine Rolex und sag ihm, er darf sie nicht kaufen. Verlangen, Nachfrage wird größer. Das ist Fakt. Und deswegen, das System wird so bleiben. Warum baut Rolex jetzt neue Fabriken, um den Markt zu fluten? Nein, um die Nachfrage, wenn sie dann da ist, besser befriedigen zu können. Also, Schritt Nummer eins, die Modelle präsentieren und begehrlich machen. Schritt Nummer zwei, vor Ort sagen, hey, Modelle sind nicht sofort erhältig, Begehrlichkeit somit erhöhen. Schritt Nummer drei, wenn die Begehrlichkeit so groß ist, dass der Rolex-Händler und Rolex wissen, die Kaufwahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dann so schnell wie möglich ein Modell anbieten. Und genau das ist der Punkt, der mit diesen neuen Fabriken gelöst wird, dass die Nachfrage, wenn sie diesen kritischen Punkt überschritten hat, dass die so schnell wie möglich bedient werden kann. Denn auch Rolex verliert Geld, wenn diese Nachfrage über diesen Punkt raus ist und sie können die Uhr dann nicht anbieten. Ich denke, es ist vielleicht auch ein bisschen der Schritt hingegen, dass man dieses, das öffentliche Bild, was sich so ein bisschen shiftet, diese Brand Perception, die Rolex hat, dass die auch ein bisschen wieder abgemildert oder verbessert wird. Ja, wie ist denn die Brand Perception, deiner Meinung nach, aktuell von Rolex? Ich meine, es ist ja vollkommen salonfähig, zu sagen, dass Rolex und dann jetzt hier ein Schimpfwort einfügen sind, weil die die Leute nicht gut behandeln, die Salespeople. Es sind auch keine guten Uhren. es sind keine guten Uhren. Nur Proleten tragen das. das shiftet sich jetzt halt und das hat sich, das ist jetzt nicht jetzt passiert, aber der Shift geht jetzt rum, dass das ist, ja, man ist halt verprellt, verständlicherweise. Man wurde verprellt. Viele, ja. Und dann missfallen einem die Uhren auch und dann findet man das doof und das schlecht und das ist blöd, weil, ja klar, man ist beleidigt. Ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht aussage, dass ich manchmal echt beleidigt bin. Ja, ich bin auch manchmal beleidigt. Ist doch blöd, ich will das haben, ich krieg's nicht. Ich will eine schöne Zeit, ich arbeite hart für mein Geld und will dann die Zeit, die ich so mit Shoppen verbringe, schön verbringen und nicht, indem mir irgendjemand sagt, ja, bist ein, haha, nee, du bekommst keine Uhr. Das ist kein cooles Gefühl und dann ist man beleidigt und dann kann ich das vollkommen verstehen, dass jetzt, ja, ich meine, das eine führt zum anderen und dann wundert's mich nicht und deswegen fände ich das jetzt auch interessant zu sehen, ob dadurch, wie du jetzt sagst, mit den neuen Fabriken, ob das auch so ein, natürlich das physische Begehren irgendwie befriedigen, aber dann auch zu sagen, hey, hoffentlich wird's dann in Zukunft auch wieder langfristig ein bisschen besser geredet über die Marke. Das wird das Ziel sein. Also ich glaube, Rolex, irgendwo scheißen die auch drauf, glaube ich, was jetzt irgendwelche Hater in irgendwelchen Foren sagen, weil Fakten sprechen für sich. Aber irgendwo fängt's halt immer an. Aber irgendwo fängt's irgendwie an und es kann halt nicht sein, dass das irgendwann mal die Meinung wird auf der Welt, dass Rolex nur eine Angebermarke ist. Nachher hier, vielleicht nicht ganz so krass, aber das Üblo-Phänomen. Oh, Junge, Üblo tut mir manchmal so leid. Ja, safe, aber... Nico, Nico. Aber so kann's kommen. So kann's kommen. Ist jetzt ein krasses Beispiel. Ja, so kann's kommen. Aber irgendwo hat das auch angefangen. Nico hat das auch angefangen und dann hat's umgeschlagen. Und jetzt ist es gang und gäbe, also... Ja, absolut. Deswegen, krass, wir sind... Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Das ist jetzt natürlich die... Ich glaube, das ist der letzte Punkt auch. Ja, genau. Das ist jetzt die spannende letzte Frage. Oh ja. Wird Rolex Boutique-Only gehen mittelfristig? Wird Rolex nur noch über eigene Boutiquen vertreiben oder über eigene eingekaufte Händler oder über eigene eingekaufte Händler dann die ganzen anderen Marken praktisch rausstoßen und dann so wie AP in diese Richtung gehen? Also ist das der Anfang vom Ende für Rolex-Konzis? Der Land und Liebe Rolex-Konzis. Genau. Boah. Du hast gesagt mittelfristig. Was wäre für dich denn mittelfristig? Ja, die nächsten fünf bis zehn Jahre, ne? Das finde ich... Also keine Ahnung. Fünf Jahre never. Zehn Jahre? Die Frage ist ja, wo geht's hin? Ist es wirklich so, wie Rolex sagt, dass alles bleibt, wie es ist? Wo wir genau wissen... Oder ist es halt so, dass der Trend jetzt gesetzt ist? Oh shit. Egal, wie lange es dauert. Boah. Ich kann es mir... Das finde ich eine ganz schwere Frage zu beantworten. Ich meine, wir sehen ja jetzt mit AP, Boutique-Only, die kommen echt ins Schleudern teilweise, habe ich so das Gefühl. Vor allem was den Serviceaufwand betrifft für die Uhren, was da an Rückläufer zurückkommen. Man muss jetzt halt... Jetzt muss man halt die ganzen AP-Sales-Leute beeindrucken, um eine AP zu kaufen. Ja, genau. Und man kann halt... Die Beikäufe fallen weg, auch für AP. Ja, das ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Dann kaufst du dir halt eine Code 1159 und... Ah, das ist ja Rolex egal und AP egal, dass irgendein gemischter Juwelier jetzt keinen Schmuck mehr zu einer AP oder zu einer Rolex verkaufen kannst. Das ist denen scheißegal. Mir ist ja nicht egal. Ja, das stimmt. Ach so, ach so. Aber ist ja wirklich egal. Cartier kaufen, um Patek zu bekommen. Ich finde hier den Kommentar von Fruitcake bei Hoddingki ganz interessant. I think this spells the beginning of the end for Rolex ADs. Also er denkt, dass das der Anfang vom Ende ist. Und das ist ganz interessant, was er sagt. Modern Retail, also moderner Einzelhandel, hat keinen Bedarf für Middleman, also für Zwischenhändler, wie zum Beispiel gemischte Juweliere. Ich kann die Sachen kaufen, die ich möchte und brauche. Und er gibt da sehr, sehr interessante Beispiele. Apple, Tesla. Auch direkt. Wir kaufen Teslas bei Tesla und wir kaufen Apple bei Apple. Apple hat Retailer, aber wir alle wissen, also wer kauft sich ein iPhone bei Mediamarkt? Also man kann sich natürlich eins... Man kann sich bei Mediamarkt als Kaufen direkt über Apple... Aber es ist natürlich geiler, wenn du in den Apple Store... Du gehst zum Apple Store oder kaufst ja auf der Apple Webseite, auch wegen der ganzen Garantie und so weiter. Also ist zwar das Gleiche, aber viele wissen das nicht. Das ist ein echt guter Vergleich. Also der Kommentar ist wirklich gut. Wie du sagst, man kann... Das ist dieser, von dem die ganzen Microbrands immer sprechen, cutting out the middleman und so. Nee, der middleman ist dein Consumesack in der Hinsicht und äh... Es ist ja auch langfristig interessant, der Rolex-Händler bekommt circa ein Drittel des VKs. Das bedeutet, Rolex produziert eine GMT-Master für 1000 Euro zum Beispiel. Das weiß ich nicht. 1000 Euro oder so oder 700, whatever. Verkauft diese GMT-Master dann für ungefähr 6.500 Euro brutto an den Rolex-Händler hier in Deutschland mit Umsatzsteuer und der verkauft es dann ungefähr für 10.700 Euro weiter und streicht sich so 3.000 Euro Marge ein. Also ein bisschen mehr. Wenn natürlich jetzt Rolex langfristig jeden Consi besitzt, egal ob es jetzt nur Bucher ist oder ob sie jetzt demnächst auch Rüschenbeck und Wempe aufkaufen, ja? Das ist ja auch eine Möglichkeit. Weil ich meine, warum sollte Rolex, die Infrastruktur ist da, die Mitarbeiter sind da, warum sollte Rolex selber Boutique hochziehen? Das anfangen, Boutique aufzumachen. Das machen sie nicht. Wenn, dann kaufen die die anderen Standorte auf oder sie entziehen, langsam aber sicher und das hat tatsächlich schon begonnen. Ich habe ja am Anfang gesagt, ein Mitarbeiter von einem Rolex-Händler in hoher Position hat mir schon 2022 gesagt, hey, ungefähr ein Drittel aller Rolex-Händler werden ihre Konzession verlieren und das hat sich bewahrheitet. Man hört es alle paar Wochen in den nächsten, also in den nächsten ein, zwei Jahren, also dieses Jahr und nächstes Jahr. und ja, da sind natürlich, wer ist da betroffen? Da ist jetzt erst mal nicht Wempe betroffen und Rüschenbeck, ja? Und auch jetzt zum Beispiel Kutter in Stuttgart haben mehr Uhren, soweit ich weiß, bekommen. Das heißt auch die, bei denen scheint es anscheinend gut zu funktionieren. Rolex ist mit der Performance wohl zufrieden und dementsprechend werden die weiter gepusht. Aber diese ganzen kleineren Händler, zum Beispiel, also was ich mitbekommen habe, ich glaube, bin mir nicht sicher, ich glaube zum Beispiel Schäuble hat die Konzession verloren, die haben jetzt nur noch in Ulm Rolex und im anderen Standort nicht mehr. so schleichend diese ganz Kleinen, die werden von Rolex gerade rausgekickt, weil bei den ganz Kleinen, bei denen funktioniert es halt alles nicht so gut, deswegen sind sie klein. Krass, ja. Ja. Aber also du sagst dann, du kannst dir durchaus vorstellen, dass mittelfristig Boutique-only für Rolex? Ja, die Sache ist, dass mein Stand war immer, weil mir das auch immer so gesagt wurde von allen Mitarbeitern und von Rolex-Händlern und so weiter, dass Rolex aus dem Endkundengeschäft rausbleiben möchte, aber jetzt sind sie in einem Kundengeschäft. Das heißt, das hast du einfach hinfällig und für mich wäre denn konsequent langfristig, wäre das Einzige, was dann wirklich Sinn macht, ist, und das passt auch zu dem, was aktuell passiert, die kaufen die Sachen, die ihnen gut gefallen und der Rest wird gekickt und ich kann mir jetzt halt vorstellen auch, dass wenn Wempi zum Beispiel sagt, ne, wir wollen nicht verkaufen oder whatever, dann kann es halt auch sein, dass Rolex denen nach und nach die Rolex-Konzession eine nach der anderen entzieht und Bucherer eine neue gibt oder Rüschenbeck. Von den 53, die aktuell Rolex haben. Genau, das heißt, Wempi hat zum Beispiel jetzt vielleicht acht Konzessionen in Deutschland oder soll es 15 sein, ich weiß es nicht und naja, dann werden daraus halt 14 und es wird irgendwo neue Bucherer-Rolex-Store aufgemacht. Und so, pö, pö. oder Rolex geht hin und sagt zu Wempi auch, hey, pass mal auf, ihr habt doch auch keinen Nachfolger, ich glaube, die haben Nachfolger, aber ihr habt doch auch keinen Bock mehr oder so, ne, und gehen dann halt hin und sagen, hey, pass mal auf, wir würden das Ding auch gerne kaufen, ne, hier sind vier Milliarden Euro oder whatever und dann ist das gut bezahlter Ding und, ja, ich denke tatsächlich, ob es Boutique-Ondy wird oder nicht, das weiß ich gar nicht. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass das zumindest mittelfristig doch schon so ist, dass das gemischte Läden bleiben, aber was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass Rolex die volle Kontrolle über den Sales-Cycle möchte und bisher war es so, dass Rolex praktisch die Kontrolle voll hatte, bis die Uhren an die Consis gingen und ab da musste Rolex sich drauf verlassen, dass die Consis schon alles richtig machen und manche haben das gut gemacht und manche nicht so gut und Rolex möchte da auf diesem letzten Drittel des Sales-Cycles sicherlich auch so viel Kontrolle wie möglich. Ich meine, wir wissen, wie genau Rolex drauf achtet, dass deren Vorgaben eingehalten werden mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Und die kriegen das raus. Und die kriegen das raus und die kriegen das auch hin, weil sie haben die Macht. Und dementsprechend denke ich, hier ist jetzt, hier wird das letzte Loch gepflegt, die letzte Stelle, ich meine, bis hin zu so Sachen, wo irgendwelche Leute Briefumschläge mit Bargeld drin bekommen, um eine Rolex direkt zu verkaufen, gibt es ja auch oder bestochen werden. Bis hin zu solchen Stellen, ich glaube nicht, dass Rolex Interesse an sowas hat. Solche Löcher werden jetzt gestopft und ich denke, das hier markiert den Anfang tatsächlich ja vom Ende dieser gemischten Juweliere, weil es einfach, weil Rolex nichts davon hat, dass ein Rolex-Händler auch Omega verkauft. Ich verstehe. Die haben nichts davon. Okay. Wie siehst du das? Ich, voll nachvollziehbar, was du sagst. Ich stimme dem auch zu, weil es alles Sinn macht. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Irgendwie irgendwas in mir sagt, nee, das werden die doch nicht machen. Wieso? Wäre doch verrückt. Keine Ahnung. Fühlt sich irgendwie, weiß ich nicht. Sie werden es nicht von heute auf morgen machen. Wir werden es nicht mal merken, dass das passiert. Meinst du? Ja. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich dazu. 20,35. Ich denke mir halt immer noch, die sind halt Schweizer und brauchen für alles ewig. Ja, die werden auch ewig brauchen, aber wie ewig? Ja, okay. 20,35. Wempel gehört Rolex, Rüschenbeck gehört Rolex, Kutter gehört Rolex, Bucherer gehört Rolex, Ob das dann erlaubt ist, ist dann auch noch eine Frage. Geht es nicht schon in Richtung Monopol? Ja, guter Punkt. Guter Punkt. Die Kartellbehörde gehört Rolex. Deutschland gehört Rolex. Scheiß drauf. Watchweiß gehört Rolex. Für 10 Milliarden würde ich verkaufen. Okay, also wenn Rolex zuhört. Und eine Rainbow Daytona. Und eine Rainbow Daytona. Vielleicht auch nur für die Rainbow Daytona. Vielleicht auch nur für die. Okay, gut, fassen wir zusammen. Ich denke, das ist ein Riesending, was hier passiert ist. Auf jeden Fall. Für die Uhrenwelt. Die Frage ist, was denkt ihr? Interessanter Schritt. Ich fand es sehr, sehr, sehr interessant, auch in den Kommentaren zu lesen. Ich würde mich auch freuen, wenn ich hier ein bisschen in den Kommentaren eure Meinungen lesen könnte. Was bedeutet es für Rolex die Marke? Was bedeutet es für das Verkaufserlebnis? Was bedeutet es für Wartelisten? Produktion? Was bedeutet es für Wempel, Rüschenbeck und die anderen nicht Bucherer Rolex ADs? Muss man ja jetzt schon so sagen. Ja, nicht Rolex ADs. Rolex Rolex ADs. Ja, lasst uns in den Kommentaren wissen. Schreibt gerne dazu, was ihr denkt. Sehr gerne. Auch wie es für euch jetzt als Endkunde, was ihr euch wünscht vielleicht auch, wäre interessant zu hören. Dann kann Rolex hier durch die Kommentare scrollen und überlegen, was sie bei Bucherer durchdrücken in Zukunft. Genau. Deshalb danke, danke für mich einladen. Ja, selbstverständlich. Schön, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht, das zu besprechen. Und ja, wenn euch das gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Uhren-Content sehen wollt, dann abonniert gerne diesen Channel und Watchwise Watch Talk, wo wir vor allem nur über Uhren reden und alles abseits behandeln wir eher hier. und dementsprechend, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und munter. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.